Gehen wir erstmal in die Schule, da haben wir erstmal Ruhe. Richtig, abgesehen von dem scheiß Schatten. Ach, der Schatten, der macht mir nix. Ja, ich erschreck mich immer wieder. Irgendwann kommt hier das Info, ich weiß nur nicht wann. Ja, schön. Ich wollte mich nur kratzen. Ich weiß. Wofür läuft's in die Verschlichtung? Auf jeden Fall brauchen wir die Karte später, das weiß ich. Vielleicht bin ich auch zur falschen Zeit hier am falschen Ohr, deswegen kommt das Ufo nicht. Auch möglich. Es gibt nur einen Weg. Da warst du schon. Hier ist nämlich die Ratte drin. Oh, du gehst glaube ich zurück. Ich glaube du musst... Du gibst doch diesen einen. Da komm ich raus. Richtig, da kommst du raus. Ohhhh. Das musste doch durchs Deiner. Beziehungsweise... Puff, puff. Ja. Lass noch ein bisschen. Ein bisschen. Infolge dir, ich werde nur sinnlos rumrennen. Nein, du hast auch neue Orte erkannt. 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 Entdeckt und, ähm... Wer ist nicht mehr angegriffen. Ja. Stimmt, vor der Schule betreffe ich sie. Sie? Dann komm ich erst ins Apartment. Apartment? Achso. Achso. Entschuldigung. Ich dachte, dass sie da... Ich... Nein. Sie kam zuerst. Nein, erst kommt doch die Schule. Ich dachte, erst kommt die Schule. Ich... Sie glaube, sie kommt zuerst. Nein, da kommt das mit dem Rollstuhl doch dann mit bei ihr. Das kommt für später. Äh, eist alles wieder ein. Da hast du in der Schule schon hinter dir. Der Rollstuhl kommt, ähm, wenn ich im Krankenhaus war. Ja, da kommt sie auch. Du lernst sie im Krankenhaus kennen. Nee, sie hatte doch den Autounfall. Ja, das ist sie. Hm. Das ist von Dings. Okay, mit folgt die Tür. Die Tür öffnen? Wo wir nicht wissen, was dahinter ist. Uh. Sagen wir auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zur nächsten Folge.